Wir machen ein... Nacktshooting! No! Rekh in die Hose! The pants, they're off! Okay, let's... Alright! Try jumping higher! Ja, Leute. Sieht sexy aus. Sieht geil aus. Ich glaube, dass ihr das ein bisschen zu schaffen macht, die Nacktheit. Für manche ist es halt schwer, unter Wasser zu gehen. Für manche ist es schwer, in die Höhe zu gehen. Für mich ist es halt schwer, nackt zu sein. Man kann dir ansehen, dass du dich nicht so wohlfühlst in deiner Haut. Es ist halt einfach so ein unangenehmes Gefühl irgendwie, weil man halt auch viel von sich preisgibt, was man sonst halt so vielleicht nicht preisgeben würde. Baby, I don't need no sake. Sieht traurig aus. Sie sieht fein aus. Oh, yeah. Es wird auch nicht besser. Hast du Lust auf noch mehr Shootings, Catwalks und den Modelalltag? Dann abonnier doch unseren Kanal, um kein einziges Video mehr zu verpassen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du hier direkt draufklicken und kannst dir das nächste Video von GNTM auf YouTube anschauen. Du liebst Gemmys Next Top Model und hast keine Lust mehr irgendwelche Folgen zu verpassen? Dann klick hier, um dir noch einmal alle Folgen in Ruhe auf Join anzusehen.